Sie setzte sich auf, lehnte sich an den Bettladen. Ich fand es lau, wie Frühstückskaffee, den man jeden Morgen trinkt und nicht mehr wahrnimmt. Er setzte sich auch auf. Wir sind seit über 20 Jahren zusammen. Was erwartest du? Mehr. Sie strich ihre blonden Haare nach hinten. Sie waren kein bisschen verschwitzt, noch nicht mal am Haaransatz feucht. Es war wirklich höchste Zeit. Wir lieben uns, begann sie. Dem ist so, bestätigte er. Ist das alles? fragte sie. Wie meinst du das? Ja, wie meinte sie das? Die Idee war ihr vorhin gekommen, mitten beim Sex. Er fühlte sich gut an, alles war in Ordnung. Wie auf einer Schweizer Autobahn hatte sie plötzlich denken müssen. Der Fahrer hat alles im Griff, weiß, wo er beschleunigen darf, wo die Blitzer stehen, kennt jeden Meter der Strecke, braucht nichts mehr zu erkunden, rechnet mit keinen Überraschungen. Nach ereignisloser Fahrt ist er irgendwann am Ziel. Willst du fremd gehen? fragte er plötzlich. Hast du einen anderen? Du wirst 50, sagte sie ruhig. Du auch. Ja, in fünf Jahren, wenn ich Glück habe. Er wurde hellhörig. Nein, ich bin nicht krank, stellte sie klar. Ich habe auch keine Sinnkrise, keine Midlife-Crisis und keinen anderen Mann. Ich denke nur, dass wir uns eine Chance geben sollten. Uns? Jetzt wandte er ihr sein Gesicht zu. Sein Kinn war markant, die Nase im Ansatz gebogen, eine Adlernase. Die Augen standen weit auseinander. Selbst in diesem ratlosen Zustand war er ein gut aussehender Mann. Sprichst du von einer Paartherapie? Sowas mit Gruppendynamik und allgemeinem Anfassen unter der Tischdecke, oder was? Liane musste lachen. Ja, vielleicht ist es eine Paartherapie. Unsere Paartherapie. Und wie soll die aussehen? Wir geben uns frei.